Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 28. Juli 2022. Wir unterbrechen heute unser normales Programm, um Details zum Wetter im Weltall bekannt zu geben. Wir geben weiter an unsere Wetterexpertin Frau. Dann wollen wir doch mal sehen, wie das Wetter morgen im All wird. Auf dem Mond wird es klar sein, ebenso auf dem wunderschönen Saturn. Der Jupiter darf auf einen klaren Himmel hoffen. Auf dem Mars sind Schauer zu erwarten, gefolgt von dichten Wolken. Auf der Sonne sind Temperaturen um die 6000 Grad zu erwarten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Und was soll ich mit dieser Information anfangen? Ich muss jemandem davon berichten. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Ibrahim Ibrahim. Der 28. Juli war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Bis zum nächsten Mal.